Chinas Regime meldete gestern, von Hackern aus den USA angegriffen worden zu sein. Laut Verteidigungsministerium seien dessen eigene und eine Armee-Website im letzten Jahr pro Monat mehr als 144.000 Mal angegriffen worden. Zwei Drittel der Angriffe ließen sich anhand der IP-Adressen in die USA zurückverfolgen. Zuvor hatte Chinas Verteidigungsministerium behauptet, diese Art Rückverfolgung sei unzuverlässig. Das war zu einem Zeitpunkt, als das US-Sicherheitsunternehmen Manian davon sprach, dass eine chinesische Militäreinheit hinter einer großen Anzahl Cyberangriffe auf die USA stecke. Chinas Gegenbehauptung wurde auf der Website des Verteidigungsministeriums veröffentlicht. Zu der vorgeschalteten Pressekonferenz hatten ausländische Medien keinen Zutritt.